Das Verkehrszeichen Andreaskreuz an einem Bahnübergang bedeutet, dem Schienenverkehr Vorrang gewähren. Damit ein Autofahrer den Bahnübergang besser erkennen kann, bauen wir ein digitales Andreaskreuz. Es übermittelt über den Funkstandard V2X und Mobilfunk mit Backendcloud die Information, ob der Bahnübergang geschlossen oder offen ist und wann die nächste Änderung kommt. Das Fahrzeug empfängt die Daten. Eine Anzeige zeigt dem Fahrenden an, dass er sich einem Bahnübergang nähert. Der Fahrende wird informiert, ob man über den Bahnübergang fahren darf und wie lange es so bleibt. Fährt einen Zug vorbei, so kann das digitale Andreaskreuz auch eine entsprechende Warnung absetzen. Dadurch werden Bahnübergänge besser wahrgenommen, der Komfort erhöht und Unfälle vermieden. Über eine App auf dem Smartphone werden auch Radfahrende und Fußgänger informiert. Bei einem Bahnübergang im Rangierbereich könnte zukünftig das Navigationssystem des Fahrzeugs die Daten auch dafür nutzen, um bei längerer Schließung der Schranke eine neue Route zu berechnen. Das kann sogar Leben retten, wenn ein Krankenwagen auf diese Weise wertvolle Zeit gewinnt. Das digitale Andreaskreuz ist die Strategie zur technischen Sicherung aller Bahnübergänge, unterstützt das autonome Fahren und macht die Mobilität intelligenter.